Habe ich den Alarm ausgelöst? Habe ich noch nicht den Alarm ausgelöst? Heiß, Alter. Das ging ja richtig schnell. Ist er in seine Vistan? Wo bist du? Da bist du. Also ich bitte euch, wenn ihr euch so einfach durch ein paar Kurzschlüsse umbringen lasst. Du hast nichts gefunden. Also bitte. So. Dich gebe ich mal ab. So. Ähm. Du kommst auch mal mit. Und du gehst auch rein. Ich habe immer noch keinen Alarm ausgelöst. Ich bin stolz auf mich. Ist wahrscheinlich in einem... Nein, der Welt ist voll. Ich kann echt noch zwei ablegen. Das ist doch Bullshit. Unrealistisch, das Spiel. Die kommen jetzt am besten an den Leuten hier vorbei. Oh. Wir haben auf jeden Fall einen gesehen. Was ist denn das da hinten? Okay, da kommt einer. Ja, du hast es richtig gehört. Hier ist was. Nicht hier ablenken, das ist mir nur da. Besser? Das muss zu kurz sein. Okay, der ist aufgeweckt. Das kann ich nicht machen. Da ist noch einer. So, warte mal. Wie trinken? Konnte ich ihn gerade trinken? Was wäre das denn? So, ich lege mal kurz hier ab. Mach mal dein Haierchen da. Ich... Ziehe mich hier erstmal... Mach die Tür zu. Hallo, Tür zu. So. Wollen ja... Wollen ja erstmal ungestört bleiben. Bedenken wir auch gleich erstmal. Äh... 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 Ist ja noch einfacher. Okay, da sind drei drin. Hm... Ich bin ja daraus, wo Ro gefangen gehalten wird. Was hast du jetzt? Das ist die Person. Ich sehe dich. Du hast doch bestimmt eine Granate dabei, ne? Äh... Warte, dann machst du mal Selbstmord. Ich brauche kurz. Scheiße, ich habe nicht genug. Ich hätte was. Yes. Nice. Hallo drei. Easy. Furchtbar glaube ich auch keine Gedanken mehr darum zu machen, ob... Na gut, jetzt packt es hier rum. Zu böse. Kann ich nicht umpolen. Machen wir es halt anders. Das ist echt die Kamera, die da gerade rumspinnt. Ich dachte, hier liegt einer. Wo geht es denn hier so ein Treppenhaus, meine Freunde? Oh, hier ist eine Dusche. In den Spiegel schauen. Warum sollte ich das hier machen? Ich bin auf einer Mission. Ah, ich kann ja doch bestimmt... Ich kann nicht nach oben. Wieso liegst du hier? Warte, was ist denn mit dir passiert? Bist du erschöpft oder wie? Wo geht es denn hier eigentlich nach unten? So, äh... Gute Nacht. Ah, hier geht es nach unten. Prüba. Anwieder datamining. 50, 7, A, B, D. Okay, jetzt habe ich das wenigstens raus, wie man das machen muss. Wie geht es denn da draußen? Da möchte ich ja nicht hin. Ich möchte nach unten. Du bist jetzt meins. Mal, du hast mich... Du hast mich doch nicht entdeckt. Wo ist das? Ey. Was im Arsch, meine Mutter? Bist du da alleine dran? Entschuldigung, ich habe ich nicht gesehen. Schau mal kurz nicht hin. Okay, auf den muss ich kurz aufpassen. Mal schalten. Schau mal kurz weg. Okay, dann sind wir durch. Muss nur noch hier... Hier andere Dings reingehen. Hier wird er wahrscheinlich festgehalten. Nee, oh, da ist er. Dann gehen wir jetzt. Okay, dann steh auf. Zeit abzuhauen. Ich bin direkt hinter dir. Aber wenn wir Ärger kriegen... Kann ich dir nicht helfen. Nicht in diesem Zustand. Brauchst du nicht. Dafür werde ich bezahlt. So. Nummer auf Nummer sicher gehen. So. Einmal kurz wecken. Ich bin einfach ein richtig geiler Hacker, ne? Richtig geil, Alter. Lass mal rausgehen. So. Achso. Freundchen, du hast gesagt, du bist direkt hinter mir. Dann komm auch. Was ist denn jetzt? Du bist schon wieder draußen. Freiheit. Oder musst du jetzt wieder nach der... Äh, nach der Reihen. Weil du echt durch den Haupteingang rein musst. Achso, dein Bein tut weh. Und du blutest. Du kommst echt nicht weiter. Willst du mich verarschen? Glück gehabt. Ah. Aber verlass dich noch nicht drauf. Verledigen wir das endlich. Ja, komm. Du schaffst das. Du schaffst das. Los, los, los. Hopp, 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 hopp. Weiter so. Weiter. Du schaffst das. Du schaffst das. Schau auf keinen Fall ins Licht. Bleib wach. Los, komm. Weiter, weiter, weiter. Ja, komm. Komm, komm, komm. Du schaffst das. Da vorne ist das Auto. Wo? Komm. Wirst du jetzt da? Ja. Alles klar. Erst mal... Erst mal mit der Blutung direkt neben seinem Ziel hinsetzen. Hey, sag mal. Wer hat eigentlich die Eddies geblecht, um mich rauszuholen? Äh. Keine Ahnung. Was ist das? Er wusste, du würdest nach seinem Ding in der Klemme stecken. Das sieht ihm ähnlich. Erst reitet er mich in die Scheiße und dann zieht er mich raus. Weiß nicht, ob ich ihm ins Gesicht rotzen oder danken soll, wenn ich ihn jetzt treffe. Wäre für euch beide besser, wenn ihr euch nie wiedersehen würdet. Niemals. Du bist echt korrekt. Lass dich von dieser Stadt nicht verschlucken. Oder sorg wenigstens dafür, dass sie dich nie vergisst. Fertig machen, Alter. Ich spring hier den Arasaka Tower weg. Was ist denn jetzt? Ja. Ich bin beeindruckt. Das hast du wie ein echter Profi erledigt. Eddies sind schon unterwegs. 3610. Ja, gar nicht mal so schlecht. Äh, Punkte? Keine Punkte. Belastend. Breach-Protokoll bin ich sogar auf Level 5. Okay. Wenn ich dann das nächste Mal ein Attributpunkt bekomme, werde ich dann... Was war das Reflexe oder... Eins von beiden brauchte ich für... Ähm, na. Die Dings hier. Für der Sandivistan. Das kann ich jetzt gerade nicht einsetzen. Natürlich nicht, weil ich ein Ripperdog bin. Weil ich kein Ripperdog bin. Bonus-Belohnung. Bin dann schon unterwegs. Ich glaube, den Scheiß hätte man noch fahren können. Macht mal hier ein bisschen... Ein bisschen mehr... Hab ich mich denn jetzt gesehen. Nein, in Selbstjustiz. Dein Ernst? Gut, wenn du das willst. Wenn hier jemand Selbstjust... Oder... Eigenjustiz machen möchte... Selbstjustiz? Eigenjustiz machen. Selbstjustiz war es, glaube ich. Ähm... Ja, wenn du sowas hier machst... Dann musst du auch mit den ganzen Fenstern... Äh... ...heben. Oder auch nicht. Je nachdem, wie schnell du stirbst. So. Ich will noch einen Abholen. Untertitelung des ZDF, 2020